Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es endlich mal wieder ein Pfeifen-Review. Ihr wisst ja, dass ich die schon ein paar Wochen bei mir habe. Heute gibt es endlich mein ausführliches Review zu der ATH-Traddy. So, und da bin ich wieder mit der ATH-Traddy. Einer relativ modernen Trady für 450 Euro. Also, massives Edelstahl und Kristallglas sind die am meisten benutzten Elemente. Das Tauchrohr, das dann ins Wasser geht, ist aus V2er Edelstahl, kann also nicht rosten. Ob der Preis von 450 Euro gerechtfertigt ist und wie mir die Pfeife gefällt, das wollen wir jetzt im Review klären. Wie immer gehen wir da verschiedene Punkte durch. Wir fangen an mit dem Lieferumfang, dann kommen wir zur Verarbeitung der Optik und abschließend zum Rauchverhalten. Und dann natürlich noch gefolgt von einem Fazit. Im Lieferumfang enthalten ist eigentlich alles, was ihr hier seht. Also die komplette Pfeife inklusive Tauchrohr, Base, Rauchsäule, Kohleteller, Kopfadapter, 14 Vierer Schliffadapter. Und was ihr jetzt noch nicht seht, auch noch ein Diffusor, den ich auch gerade nicht benutze. Für mich muss eine Trady ordentlich blubbern. Das gehört einfach dazu, finde ich. Was leider nicht dabei ist, was ein bisschen schade ist bei 450 Euro, ist ein Trady Schlauch. Deswegen habe ich mir gerade Abhilfe geschaffen. Mit so einem brasilianischen Schlauch ist jetzt so das, was am nächsten an den Trady Schlauch rankommt, von dem was ich daheim habe. Natürlich wäre es noch besser, wenn ihr dann einen richtig schönen Kaffeehausschlauch benutzt. Am besten noch irgendwie aus Ziegenleder oder sowas. Also das richtig schön traditionelles Kaffeehausschlauch mäßiges. Wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, habe ich für Black Nana eine eigene Pfeife. Da ich aber generell auch sehr, sehr gerne Traubeminze rauche, auch andere abgesehen von Black Nana, dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz cool, auch noch eine Trady Pfeife für Traubeminze zu haben, was jetzt nicht gerade Black Nana ist. Deswegen habe ich im Angebot bei Shisha Galaxy zugeschlagen und habe mir die ATH Trady noch gekauft. Und damit kommen wir auch zum ersten Punkt der Verarbeitung. Für 450 Euro erwarte ich wirklich einiges von einer Pfeife. Also da muss so ziemlich alles stimmen, dass man sagen kann, die kann man wirklich guten Gewissens hier weiterempfehlen. Und ich kann zu der ATH Trady auch nur sagen, es stimmt auch wirklich alles. Ich habe keine Verarbeitungsmenge gespürt. Die Gewinde laufen einwandfrei. Das Kristallglas ist hervorragend verarbeitet. Diese Goldverzierung, die ihr überall auf der Bauer seht, sind tatsächlich auch aus 24 Karat Gold. Die Rauchsäule ist aus massivem Messing, die Base ist aus massivem Messing. Generell alle Teile, abgesehen vom Trauchrohr, sind aus massivem Messing. Das Trauchrohr ist aus V2 Edelstahl. Auch da, die Gewinde laufen hervorragend. Der Diffusor ist sehr schön verarbeitet. Also von der Verarbeitung her und von der Qualität von dem Produkt kann man auf jeden Fall schon mal absolut nicht meckern. Aber genau das erwarte ich auch, wenn man sich eine Pfeife für 450 Euro kauft. Vielleicht auch ein paar Worte zu meinem Setup zwischendrin. Ich rauche mit der Harmony Bowl und einem Kalaud Lotus obendrauf. Den ausländischen Alfacher Traube Minze. Jetzt werden viele vielleicht sagen, Digga, du rauchst eine Tradi und dann packst du dir einen modernen Kopf drauf mit einem HMD. Was ist da los? Rauch den mal mit einem Tonkopf und Alufolie. Meine Meinung dazu ist, Leute, ich habe für mich rausgefunden, in einem Lotus mit HMD... Ich sage nicht, in einem Lotus. Ich habe für mich rausgefunden, in einem Funnel mit HMD schmecken mir die Köpfe einfach am besten. Ich finde, so funktioniert es am geilsten. Ich baue den Tabak immer auf Vollkontakt. Das heißt, der Kopf ist schön voll und der Lotus liegt direkt auf dem Tabak drauf. Mir schmeckt es so einfach am besten. Und das hat dann auch keine Auswirkung, ob ich jetzt traditionell rauche oder nicht. Für mich ist der Geschmack so einfach am allerbesten. Man könnte natürlich sagen, allein fürs Feeling oder so wäre es natürlich cool, mit einem Tonkopf und mit Alufolie und Kohle direkt drauf zu rauchen. Mir ist aber das Rauchergebnis da einfach ein Ticken wichtiger, dass mein Geschmack gut rüberkommt. Dass die Rauchentwicklung gut ist. Und das bekomme ich persönlich einfach am besten mit einem Funnel und einem HMD hin. Ja, und wo wir schon bei der Rauchentwicklung sind, wir wissen ja, es hat nichts mit der Pfeife zu tun, sondern nur mit dem Kopf. Aber wir gucken uns das trotzdem gerade mal an, wie mein Köpfchen HF Traubeminze hier gerade so qualmt. Ja, Köpfchen ist jetzt schon ein bisschen an, aber ich finde die Rauchentwicklung auf jeden Fall immer noch sehr, sehr angenehm. Geht auf jeden Fall klar. Ja, und da ich zu der Verarbeitung nicht mehr sagen kann, als ist optimal, gibt es nichts, was sich verbessern würde, würde ich vorschlagen, wir kommen auch direkt zur Optik. Generell muss man bei den Tradipfeifen jetzt ein bisschen unterscheiden. Es gibt relativ moderne Tradis, wie zum Beispiel die ATH-Tradie oder auch die MIG-Tradie oder auch noch die Smoker History, die dann eher ein bisschen low budget ist. Viele von euch werden es vielleicht nicht feiern. Viele sagen vielleicht, nein, eine Tradie muss auf jeden Fall eine El Nefes oder eine Khalil Mamun oder irgendwas in diese Richtung sein, was wirklich sehr, sehr Tradimäßig ist. Also sagen wir mal, wir können Tradis noch unterscheiden zu wirklich traditionellen Tradis und modernen Tradis. Und ich würde die ATH definitiv in die Kategorie moderne Tradis stecken. Das merkt man auch beim Durchzug, der ist nämlich definitiv gut. Also ist vielleicht einen Ticken schlechter als bei jetzt anderen super modernen Pfeifen, aber ist auf jeden Fall deutlich besser, als man das sonst so von Tradis gewohnt ist. Ich finde das wieder nice. Dann müsst ihr einfach für euch entscheiden. Wollt ihr eine Tradie, wo man auch ein bisschen ziehen muss, also wirklich Druck aufbauen muss, dass man da ziehen kann, dann würde ich vorschlagen, guckt euch die eben genannten an. Wenn ihr sagt, nee, ich will bei einer Pfeife sowieso guten Durchzug haben, dann ist die Kategorie moderne Tradie und unter anderem vielleicht auch die ATH-Dradie eine sehr, sehr gute Alternative für euch. Zur Optik von der ATH muss man auf jeden Fall noch dazu sagen, dass es extrem viele verschiedene Varianten gibt. Es gibt verschiedene Farben, was die Bowls angeht. Es gibt verschiedene Muster, was die Bowls angeht. Es gibt verschiedene Base-Designs, es gibt verschiedene Rauchsäulen-Designs und das alles kann man dann komplett würfeln, wie man das eben gerne hätte. Das heißt, dass da was für jeden dabei ist, ist eigentlich relativ wahrscheinlich und ihr könnt euch eben genau aussuchen, was ihr da haben möchtet. Die Variante, die ihr bei mir seht, ist mit der roten Bowl und der sogenannten Hurem-Rauchsäule. Die Hurem-Rauchsäule hat mir persönlich am besten gefallen. Ich fand das ganz cool mit diesem Mittelelement hier und dem relativ symmetrischen Part oben und unten und fand einfach, dass das mit dieser Kugel hier und den zwei kleineren Kugeln nebendran irgendwie ein ganz cooler Blickfang ist. Aber das kann sich dann natürlich jeder so aussuchen, wie er das gerne hätte. Ich finde die Optik von der Pfeife auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ich mag den modernen Tradi-Stil sehr, sehr gerne und ich mag auch das Rauchverhalten von dem modernen Ding sehr, sehr gerne. Ja und Rauchverhalten ist auch schon unser nächstes Stichwort. Wir kommen nämlich mal zum Rauchverhalten. Raucht es sich denn wie eine klassische Tradi? Da muss ich sagen, eher nicht. Es raucht sich schon eher wie eine moderne Pfeife, hat aber eher so die Optik von einer Tradi, aber natürlich auch eher modern interpretiert. Wie gesagt, ich mag das Ganze, ist definitiv Geschmackssache. Ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, nee, eine Tradi für mich muss irgendwie aus Blech sein und irgendwie einen Eispott dran haben oder was es da noch so alles bei Tradis gibt. Wie gesagt, ich finde das so sehr, sehr schön und ich denke auch, dass die vielen von euch sehr gut gefallen wird. Also ihr merkt schon, es gibt eigentlich keine Punkte, die ich an dieser Pfeife bemängeln kann. Sie gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe genau bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe genau bekommen, was ich wollte. Und von daher bin ich auf jeden Fall durchweg positiv überzeugt von der Pfeife. Es gibt wirklich keinen Punkt, den ich bemängeln kann. Das Einzige, was ihr wissen müsst, wenn sie aus massivem Kupfer ist und da Wasser drankommt, können da kleine Wasserflecken drauf entstehen. Und generell, wenn man eine Kupferpfeife hat, muss man sich definitiv darum kümmern. Man muss sich Kupferpolitur im Baumarkt besorgen und muss sich wirklich um die Pfeife kümmern und die ab und zu polieren. Ansonsten sieht die relativ schnell sehr, sehr scheiße aus. Das ist aber bei jeder Kupferpfeife so und ist einfach ein Punkt, den man in Kauf nehmen muss, wenn man eine Pfeife aus massivem Kupfer haben will. Ich finde, eine Tradi sollte aus schönem, ordentlichem Kupfer sein. Ich finde auch allein die Optik von dem Kupfer extrem geil. Manche sagen Gold. Es ist auch ein Kupferton, der eher so in das Goldfarbene reingeht. Für mich aber absolut schön. Und ich wollte die genau so haben. Dass man die jetzt ab und zu pflegen muss mit Kupferpolitur, finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich wusste darauf, was ich mich einlasse. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall nochmal erzählen, weil es sollte man wissen. Ansonsten denkt man sich bestimmt nach ein paar Mal rauchen und waschen und anfassen. Warum habe ich denn da so komische Flecken drauf? Ist aber ganz normal, Leute. Kann man nicht verhindern. Also ich meine, natürlich könnte man gucken, dass nirgendwo jemals ein Tropfen Wasser ist und sie niemals mit der bloßen Hand anfassen. Für mich ist es aber immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Ich will die Pfeife auch wirklich rauchen. Wobei man bei der Pfeife sagen könnte, so schön wie die ist, kann man die sich auch eigentlich fast ins Regal stellen. Einfach nur sich drüber freuen, dass man so eine schöne Pfeife daheim hat. Aber abgesehen von dem Polieren gibt es tatsächlich nichts, was mich an dieser Pfeife stört. Sie funktioniert einwandfrei. Sie sieht unglaublich schön aus. Sie ist genau, was sie sein will. Also eben eine sehr modern interpretierte Tradie. Und deswegen bei mir auf jeden Fall Überzeugung auf ganzer Linie. Ich bin ultra froh, dass ich sie daheim habe. Falls ihr auch auf der Suche nach einer modernen Tradie seid, kann ich euch auf jeden Fall nur die ATH-Tradie ans Herz legen. Und außerdem gibt es gerade bei Shisha Galaxy auch noch einen 25% Rabattcode. Also falls ihr zuschlagen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Einfach bei Shisha Galaxy den Code SWG25 beim Kauf einer ATH-Tradie benutzen. Und dann spart ihr nochmal ordentlich Geld. Bei 25% bei einer Pfeife von 450 Euro sind das über 100% Rabatt. Also falls ihr auch eine ATH-Tradie wollt, kann ich euch nur empfehlen. Schlagt zu. Der Code ist noch bis Ende Februar gültig. Falls er nochmal verlängert werden sollte, sage ich euch auf jeden Fall auf Instagram Bescheid. Ja, also mein abschließendes Fazit zur ATH. Definitiv 10 von 10 Käsekrackern. Ich finde es sehr, sehr geil. Das komplett sorglos Paket, sobald man noch einen guten Schlauch oder einen guten Kopf dazu packt, ist auf jeden Fall gegeben. Ich bin absolut überzeugt von der Pfeife. Ich rauche sie sehr, sehr oft. Ich rauche sie sehr, sehr gerne. Ihr habt es bestimmt schon auf Instagram mitbekommen. Fast immer, wenn ich Traube rauche und es nicht Black Nana ist, kommt diese Pfeife zum Einsatz. Also fast 100%ig. Ich bin wirklich sehr happy. Ich wollte schon länger eine moderne Tradie haben. Jetzt habe ich endlich eine. Und mehr gibt es dazu auch eigentlich schon nicht zu sagen. Wie gesagt, sehr happy mit der Pfeife. 1A-Verarbeitung, 1A-Optik meiner Meinung nach. Objektivität ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Optik ist meiner Meinung nach eher immer subjektiv. Aber subjektiv für mich die Pfeife 1A. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zur ATH-Tradie erzählen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen die Kaufentscheidung ein bisschen erleichtern. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Eure Shisha-WG.